CLD steht für Cross-Liminated Timber und ist ein Massivholzbauprodukt aus kreuzweise verleimten Endschichtplatten. Der umweltfreundliche Klebstoff macht dabei weniger als ein Prozent des Produktes aus. CLD-Massivholzplatten bestehen aus mehreren Lagen und sind je nach statischen Anforderungen unterschiedlichen Plattenstärken erhältlich und können bis zu knapp 3 x 16 Meter groß sein. CLD ist ein zugelassenes und geprüftes Bauprodukt, dessen Produktion strengen externen Kontrollen unterliegt. CLD bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, was Baukonzept, Stil und Architektur anbelangt und ist absolut kompatibel mit anderen Baustoffen. Die Massivholzplatten eignen sich für Innen- und Außenwände ebenso wie für Decken und Dächer. Die gänzlich fertig zugeschnittenen CLD-Platten werden mittels LKW direkt zur Baustelle angeliefert, wo sie dann von einem Holzbauunternehmen montiert werden. Durch die Vorfertigung sind gerade auch mehrgeschossige Massivholzplatten extrem effizient, was Bauzeit und auch Logistik anbelangt. Beispielsweise werden sämtliche Kanäle für Elektro-, Wasser- und Heizungsinstallationen bereits im Werk in die Wände und Decken eingefräst.